Moin Leute So Wir gucken mal wieder ein bisschen in Shunts of the Forest rein Wir gucken mal wieder ein bisschen in Und ich will unbedingt mal in Den da hinten rein Also in den Bunker Wir gucken mal wieder ein bisschen in Wir gucken mal wieder ein bisschen in Okay. 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 Ich habe mir meine Map von The Forest aufgemacht und damit ein bisschen gucken kann, wo ich was finde. Warte, ich wollte hin noch. Und was gibt es denn hier noch, Equipment? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Dann weiß ich, was ich jetzt mache Dann weiß ich, was ich jetzt mache Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Und damit könnten wir jetzt bald ein paar Pflanzen anpflanzen. Nice. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Okay. 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 Und woher kriegt man jetzt eine Schaufel. Okay. 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 Was ist hier für irgendeine Vorsitzung? Was ist hier? 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 Damit ich nicht zurücklaufen muss. Was ist hier? 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 Die Höhle kennen wir ja schon so halb. Und dann sollte hier ja eigentlich nicht viel drin sein. Außer vielleicht die so komische Musik. Irgendwo kommt hier so ein Kackviech hervor. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, man kann die auch noch skinnen. Oh, man. Oh, man. Okay. 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 Holy shit. Nicht nett. Die anderen beiden habe ich entweder in die Luft gesprengt, oder... Nein. Hm. Das ist ja einfach nur riesig. Mehr auch nicht. Ja. Okay, was habt ihr denn Schönes? Gar nichts. Ach, schade. Das wäre nett gewesen. Hätten die irgendwas gehobt. Blöde Babies. Warum hängen die hier eigentlich alle so ab? Okay. 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 Hallo Zuschauer. Guten Abend. Ja, ein Höhlenmensch. Definitiv. Hab ich mal einen Fell angezogen. Doch. Sieh, hier. Siehst du hier? Ich hab ein bisschen Rüstung an. Aber nur ein kleines bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Ging's da noch weiter? Oh. Du hast ne Cam, mein Lieber. Ja. Ach, das meinst du. Ja. Hier so ein bisschen. Oh, بäBies. Oh, bäBies. Nervige Babys. So eine dezente Neanderer wäre ja angemessen. Ach. Wow. Und hier sind auch Babys. Und hier sind wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Geht auch Holy Geht auch 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 Einen Wir sind okay. Ouh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ein Zuschauer, was geht bei dir so? Automatisierung in Astroneer, yo. Und wie weit bist du da schon? Also, was hast du bis jetzt alles automatisiert? Ah, dann also für alle Items, dass die dann nach und nach durchgereicht werden können. Ich weiß nur noch, wie man mit mehr als zwei Böhnhöfen, Bahnhöfen arbeitet. Yo, hau mal raus. Oh, nett hier. Oh. Oh. Was ist das? also wird direkt an den bahnhof geschehen mit dem pinökel auf dem bahnhof der hat und dann fährt der zug da einfach hin lädt auf und fährt dann weiter oder wie so Geh! Also stehe jetzt, wird geladen, fährt weiter, ist er entlang, fährt er zurück, aahhh. Okay. Und der Zug nimmt dann auch wirklich die Sachen auf. Oder wie? Okay. 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 Genau, auf der Rückfahrt hält er wieder an jedem Bahnhof, nimmt auf, fährt weiter und zurück. Oh. Okay. 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 Was machst du, wenn ein Gegenstand zum Beispiel bis oben hin voll ist? Das war nicht schön geplant. Ja, hast du irgendeinen Plan, wenn es nicht funktioniert, dass der, der es nicht aufnehmen kann? Der Lagerbereich der Basis ist anders, einschließlich Overflow A. Der Lagerbereich der Basis ist anders. Der Lagerbereich der Basis ist anders. Was ist bei dir ein Overflow? Einfach ganz am Ende mehrere große Lager oder also diese Club-Lager, dass du das dann sofort siehst? Oh, Ressource ist voll. Okay. 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 Oops. Und jetzt geht's. Hallo, ich bin ... Hallo ... Erstmal laufen die alle in 400er Ressourcen. Ah, bis die volllaufen, ja. Ah, okay. Also wenn dann doch mal was volllaufen sollte, kann das alles easy und entspannt geschreddert werden. Das war's on my... Do you want to take this down? Come along as a warm sea, with a signal of steel. I am saying everyone I'll see you will need to justify the way I'll see you. I want to bring you to the moon. I want to bring you to the moon. I want to bring you to the moon. Huah! 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 Hleah! Huah! Das sind ein paar mehr... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Okay. Jetzt ist noch jemand zweites gefolgt. Okay. 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 Was ist das denn? Ok Alter, sehen die Kacke aus Was ist das? Oh. Ah, du musst die Haltritze aber wo die Waren unverpackt ist. Ah. Oh, okay. Holy shit Und machst du das jetzt mit allen Ressourcen so oder wirklich halt nur die, die du auf den Planeten bekommst und den Rest, da gibt es dann keinen Overflow. Okay, okay. Wartungsbunker, äh das war's, ich hab jetzt nur den Wartungsbunker Der andere von den kann mir egal sein, da tausche ich die, ja genau Aber hier ist echt nicht mehr What the hell Grün Okay Okay So, Swingshot hab ich Okay So, Swingshot hab ich So, Swingshot hab ich Hm Okay So, Swingshot hab ich So, Swingshot hab ich So, Swingshot hab ich Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Ui. Und Zuschauer, wann denkst du, bist du mit dem Game durch? Oder ist das so ein Unendlich-Teil wie bei Satisfactory? Eine Schaufel. Na ja, alle Kerne aktiv schalten, plus Glitch-Update, ah, okay. Hä? Wofür müssen wir denn von hier aus hin? So, oder solange ich los habe, ja, der ist ja der Standard. Okay. 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 Das schaffen nicht mal mit einem Bruchteil, die Rezepte geben das nicht her, disbalanced. Ja, also das hätte ich erwartet. Jetzt wirklich platt gesagt, du schmeißt den Calculator an, nimmst alle Top-Rezepte davon und die Anzahl an Samor, die unten steht, die brauchst du im Game. Und das hast du dann auch als Quellen verfügbar. Ja, das wäre doch in dem Fall völlig egal. Das war's. 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 Was jetzt anscheinend ist, du hast dann einfach keine Chance. Das war's. 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 Das. Das war's. 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 Wenn die Flüstung wenigstens ewig brennt, wir also viel Energie fern würden so zehnmal mehr als Plutonium, okay. Ja, aber die rutschen doch einfach durch, habe ich das Gefühl. Oh, das wird verklapp. Okay, ja, dann war mein Gefühl doch nicht falsch. Okay. 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 Oh, riesiger Aufwand für nichts. Ja, aber du hast keinen Abfall mehr. Ja, aber dadurch, dass du, wie heißt es gleich noch? Ähm. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm. Dadurch, dass du natürlich... Ja, ich sollte mir bedanken noch bevor ich versage. Ne, dadurch, dass du die Plutoniumrotz wegdübeln kannst in den Schredder, bringt das ja hinten vorne nichts. Ja. 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 Und kannst dann die Sachen für andere Dinge benutzen. Oh. 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 Go. Das ist father. Nice. Nice. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und, äh, ja, wenn alles gut läuft, sind wahrscheinlich zwei Millionen Euro zusammengekommen, was richtig, richtig cool ist. Wir haben Return to Moria gezockt und haben nebenbei den Streamen geguckt und das sind circa, wenn wirklich alles gut läuft, zwei Millionen Euro zusammengekommen. Äh, äh, was hätte ich streamen können? Du meinst, du meinst das, was wir, ups, gezockt haben? Achso, ja, ja, das war, ähm, nicht so richtig zocken, sondern wir haben sehr viel Streamen geguckt und zwischendurch halt Return to Moria. Aber, aber, das dachte ich mir eh schon, das könnte man auch mal streamen, obwohl ich das schon durchgespielt habe und alles. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, hattest du das schon mal gezockt? Ja. Naja, 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 das Event meinte ich. Das war ein Livestream, den konnte man sich einfach angucken. Also. Also. Und. Also. Das war's. Das war's. Übermorgen? Du meinst Dienstag? Ja, da bin ich auch schon gespannt, muss ich wirklich sagen. Weil wir da ja wieder ins Artis reingucken und da bin ich wirklich gespannt. Oh, okay, dann habe ich ein Spiel, was wir Mittwoch zocken werden. Okay. 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 Es gab einen Teaser für Space Engineers für den Zehnten. Ja, haben sie nicht Space Engineers 2 irgendwie angekündigt? Ich habe da auch irgend so ein Video gesehen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020 Da könnte man vielleicht knapp mit Ausbildung, allen drum und dran, vielleicht 70 Jahre reisen, wenn's wirklich gut läuft, nehme ich an. Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber der Karton selbst, der war noch heile? Alter! Und hast du schon jemanden bei Asus erreicht oder schickst du das jetzt einfach zum Lieferanten wieder hin? Das ist ja mies. Auf morgen kommt Amazon 30 über so nicht gereich verwandt. Auf Amazon hat er nur eine Gutschrift auf das Amazon Konto gegeben. Deswegen mag ich zum Teil dann Amazon nicht. Okay. Okay. Ooh. 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 Uuaah! Hoffe die können mir bis ein neues Checkmode an das Geld zurückgeben und bin ich mal unterwegs bei Mindfactory bestellen, jaaa Es ist nicht sicher hier, wir sind in der Zeit, es wird wieder passieren, wir müssen gehen Okay, was the fuck Oh, okay Das war's für heute. Es gibt nur einen Ausgang. Oh. 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 Nein, das würde ich hinten und vorne nicht. Da muss ja nur, ich sag jetzt mal wirklich, du ziehst irgendwie um oder deine Freundin zieht um und der PC wird zwei Millimeter bewegt und schon hast du da einen Defekt drin. Weil das irgendwie an der Schraube gerückelt hat oder sowas. Das ist noch. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da unten könnte ich das nicht mal festschrauben, da das Loch auch im Bigoradus mit drin ist. Dann kann man halt dadurch nicht mal die Kabel wirklich fertigen. Ist das freudig. Das war's für heute. 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 Oh. Hat mich das ganze Weh voll abge... Das kann ich so verstehen. Also das einzige, wo ich sagen würde, dass es noch einigermaßen in Ordnung ist, dass es dir jetzt schon aufgefallen ist und nicht erst... Keine Ahnung. Wirklich blöd gesagt. Du hast schon alles eingebaut und so weiter und das Mainboard startet nicht. Und dann guckst du da ganz genau hin und siehst dann so... Oder der... Band wär nicht so doll gewesen. Da ist nur jetzt festgeschraubt, Grafikkarte rein und alles, ne? Und dann wird einfach dein Mainboard gefried und das fried dann noch die... Äh, ganzen anderen Komponenten mit. Ich glaub, da würde ich soo hart abverschrieben. Mhm. Okay. Das war's für heute. Das Spiel jetzt bei irgendwer ist aufgefallen, weil es wahrscheinlich geknackt hätte, da unten sitzt du nicht wirklich was zum Komplettverlust führen könnte im Normalfall. Ja, im Normalfall. Im Normalfall kriegst du ja aber auch ein Mainboard, was keinen Bogen drin hat. Genau. Okay. 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 Das ist halt bloß ein Effekt, dass ich mich wieder um den Kack kümmern muss. Das kommt besonders zu dieser Jahreszeit. Ja, das ist wirklich die unpassendste Jahreszeit für sowas. Das ist keine Frage. Okay. 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 Was ist das? Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Oh. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Sollte. Hier kann man eine Mauer drauflegen oder was? Man kann eine Mauer drauflegen. Ok. Okay. Hm. Andererseits den CPU. Ja, das war auch Premiere. Ja. Was habt ihr denn alle immer? Äh, vor allem, das war das bloß beim ersten, habe ich da einfach nur zwei Neues bekommen. Ja. Ja, die haben das wahrscheinlich nicht mehr auf Vorrat oder sowas, deswegen können sie dir zuschicken. So, wie weit muss ich denn zurückgehen? Muss ich nach hier gehen? So. 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 Ich bin auf, untertitelt. Also ich bin mit Ass Rock total zufrieden. Ja, ich habe Asus, mit dem bin ich bis jetzt auch sehr zufrieden. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist nicht das, was ich bin. Das ist nicht das, was ich bin. Das ist nicht das, was ich bin. Kann ich hier dazwischen setzen? Nein. Wo bleibt Kevin eigentlich? Der ist da hinten irgendwo. Okay. Na ja, das habe ich nicht mehr, aber warum die mir das Geld nicht einfach zurück überweisen können. Mit den Preisen schwer übertrieben. Ja, ich hatte damals noch Glück. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die anderen Boards dann teurer. Okay. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, was für ein Board ich drinne habe. Oh. Ich habe einen Strix X570F. Aber das war preislich eigentlich. Total okay. Aber frag mich bitte nicht, was ich damals bezahlt habe. Okay. 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 So viel habe ich garantiert nicht für das Board bezahlt. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Jetzt erst mal rausfinden, wann ich das bestellt habe. Nicht 2019. Oh. Es kann sein, dass ich 320 Euro dafür bezahlt habe. Ich kann sehen, dass ich die Änderung von der Lüge ist. Es ist ein Illusion, es kann sein, es kann sein, es kann sein. Ich kann die Änderung in die Änderung in die Änderung in die Änderung Untertitelung des ZDF, 2020 Ups Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte ewig Was auch die Ausstattung betraf Ja, ich glaube Zu dem Zeitpunkt war das eine Empfehlung Für den CPU zusammen Den ich hatte Und dann Habe ich den einfach gekauft Und dann Okay. 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 What? Okay. 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 Das war's für heute. Gott sei Dank kenne ich mich mit Boards nicht so gut aus. Ich vertraue da wirklich immer auf YouTube. Ich brauche immer Wochen. Also ich gucke mir da wirklich dann Videos und so weiter zu an und Benchmarks und ja. So. 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 durch genau spannungsverwandler im selbst den 93 vp zu betreiben ja also da würde ich dann halt wirklich wenn ich weiß welchen cpu ich habe würde ich dann raussuchen was ich an an mainboard dann nehmen würde und auch die arbeitsspeicher dazu und 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 dann benchmarks und videos zu angucken und ich vertraue mir da selbst ein bisschen zu wenig um gute entscheidungen zu treffen was mainboards und so weiter angeht weil ich mich halt echt nicht auskenne worauf man achten sollte was auch so Okay. Ja, ja. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Da bin ich ehrlich, daran habe ich ja hinten vorne nicht gedacht, dass sowas auch passieren könnte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann haben sie solche nicht mehr. Das war's für heute. 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 Das war's. Ist halt ein Top-Mainboard, hat erst den neuesten Chipsets, zweiten Zwieslots für NVMe-SSD, wovon zwei davon 5,0 sind, also für die 90 Pro von Sky 1 und halt auch gut für Ausrüstung in der Zukunft. Naja, ja, auf jeden Fall. Naja, Drücken sind immer viel zu hoch, warum nicht alle Bretter gleich schrecklich? Hier? Damit du hier eine Rampe hast. Und das hier geht nicht, weil ich sonst Zwischenstücke da reinsetzen muss und darauf habe ich keinen Bock. Und das hier geht nicht. Und hier oben soll eh nur folgendes drauf. Und das hier geht nicht. Und das hier geht nicht. Ich hoffe auch, dass die von Ubisoft mein zweiter von R6 zusammenlegen könnte. Da der eine so alt ist und mir eine E-Mail von meinte ist, wo es den Anbieter gar nicht mehr gibt und ich das Passwort auch nicht mehr weiß. Wäre geil, weil der gut gelevelt ist und ich mal wieder Bock auf das Game hätte, will aber nicht mit dem Low Bob Account neu anfangen. Was ist R6? Was ist R6? Ja, ja, ob das ein Taktik-Shooter ist, weiß ich. Nur weil du von einem alten Game sprachst. Ach, ich wollte noch was nachgucken. Das hat die Zuschauer gerade erzählt. 10. Dezember, weiß. Weil das hat echt Spaß gemacht. Ja, Opa und wollen Manni und ich zusammen zocken. Wahrscheinlich. Weil darauf hätte ich an sich auch mega Bock. Ja, das geht ja noch nicht. Ja, wir wollen das dann so machen wie Recycling Center Simulator. Dass wir dann parallel spielen. Nein. 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 Wir haben viel zu viele Spiele, wo wir das machen wollen. Das ist echt problematisch. Ja, weil Soforest zum Beispiel werde ich jetzt auch nur noch heute zocken. Aber irgendwie ist das mal so gut für eine Stunde oder zwei. Aber das war es dann auch. Aber ich weiß nicht, was ich... Also ich wüsste, was ich heute noch spielen kann. Aber... ...irgendwie habe ich keinen Bock... ...irgendwie habe ich keinen Bock. Wir haben jetzt auch vollen Patienten gemacht. ...underschönen... ...underschönen. Ja, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du kennst ja die SR Blackbird, oder? Ich hab gestern einen Faxen, der einfach was war. Du kennst ja die SR... Mir sagt das überhaupt nichts. Okay, du meinst den... Ja, ich weiß welchen du meinst. Gut. Okay. 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 So, jetzt geht's. Okay. 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 Nice. Okay. 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 Okay.